Willkommen zur 18. Folge Easy German. Heute mit dem Thema Umweltschutz. Hallo! Was machst du für Klimaschutz, zum Klimaschutz? Im Moment noch nicht so viel. Ich fahre ja noch nicht Auto und so. Also fahre ich sowieso Bus und Fahrrad. Ich lebe auch eigentlich nicht hier in Münster, sondern auf dem Land. Und sonst mache ich eigentlich nicht viel gegen Klimaschutz. Und in deinem Haushalt zum Beispiel? Stellt ihr die Stand-by-Geräte ganz aus oder macht ihr Licht aus, wenn ihr das Haus verlasst? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein Bio-Haus. Und das ist auch mit Solarenergie betrieben. Und da ist nicht viel, das nicht Bio ist, sagen wir es mal so. Hallo! Nee, warum nicht? Was tun Sie für den Klimaschutz? Was ich für den Klimaschutz tue? Momentan gar nichts. Warum nicht? Weil es mir zu unübersichtlich ist und teilweise auch, weil es mir zu mühsam ist. Was ist denn daran unübersichtlich, Ihre Stand-by-Geräte zum Beispiel auszustellen? Das tue ich zum Beispiel. Ich habe keine Geräte, die nur auf Stand-by laufen, sondern alle haben An- und Ausschalter. Da habe ich drauf geachtet, aber ansonsten. Fahrrad fahren statt Auto? Ich habe gar kein Auto. Ja, dann tun Sie ja doch schon was. Ja gut, wenn man das Vermeiden von irgendetwas als Umweltschutz ansieht, dann... Ich fahre kein Auto, ich fahre viel Bus, ich fahre Nahverkehr, Fahrrad, aber ansonsten. Was machen Sie, um das Klima zu schützen? Was mache ich, um das Klima zu schützen? Ich fahre kein Auto, ich fahre nie Auto. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Pass auf Wasser auf, Strom. Das heißt, Ökostrom. Ja, das wäre spontan. Spontan. Ich versuche, viel mit dem Fahrrad zu fahren und Wege mit dem Auto zu vermeiden. Hallo. Was machen Sie, um das Klima zu schützen? Auch bitte nicht solche Fragen am frühen Morgen. Ich fahre Fahrrad. Machen Sie auch so was, wie dass Sie die Stand-by-Geräte in Ihrem Haushalt ausstellen oder irgendwie so was? Lichter? Lichter, ja, aber so was wie Fernsehen ist eigentlich immer auf Stand-by. Warum? Gewohnheit. Aber damit könnten Sie ja persönlich auch Strom sparen. Das stimmt. Ich habe mir aber auch keinen Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt bin ich ja angeregt, es zu tun. Dankeschön. Was machst du für den Klimaschutz? Oh, ich versuche, so weit wie möglich für mich selber das Nötigste zu tun. Was heißt das? Nicht unnützt Auto fahren, das Fahrrad viel benutzen. Was machen Sie, um das Klima zu schützen? Ach, ich arbeite im Hintergrund. Das heißt? Das heißt, ich bete. Weil, wie gesagt, ich mache mir keine Gedanken darüber. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Können wir Sie denn jetzt vielleicht ein bisschen anregen, sich mehr Gedanken zu machen? Das können Sie, ja klar. Ja, dann schalten Sie doch mal heute alle Stand-by-Geräte aus. Okay, werde ich machen, ja. Super, vielen Dank. Ich habe kein Thema, gerne. Was tust du für den Klimaschutz? Ähm, eigentlich noch nichts. Warum nicht? Also ich tue was, eigentlich schon. Ich fahre kein Auto. Diesen Samstag war die Earth Hour. Unsere Stadt Münster hat daran teilgenommen. Herr Specht vom Umweltamt erklärt uns was darüber. Die Earth Hour ist eine symbolische Aktion, um den Klimaschutz in der Bevölkerung bekannter zu machen. Das ist eine weltweite Aktion. Das ist was Wunderbares. Also es wird an einem Tag, nämlich am 26. März, also jetzt am kommenden Samstag, wird für eine Stunde an ganz vielen bekannten Gebäuden in der ganzen Welt das Licht ausgestellt. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr zum Beispiel am Eiffelturm, an wirklich an ganz vielen richtig bekannten Gebäuden. Und so auch in Münster. Die Stadt Münster macht ja jetzt zum zweiten Mal mit. So wird das Rathaus dann eine Stunde verdunkelt, der Dom wird verdunkelt, der Erbtrostenhof und einige andere Sachen. Und wie ich gerade schon sagte, eine symbolische Aktion, damit man einfach mal darauf aufmerksam wird. Was kann man, das was im Klimaschutz getan werden muss. Ist dann so eine Aktion wie zum Beispiel an diesem Samstag sinnvoll, dass in vielen öffentlichen Gebäuden das Licht für eine Stunde ausgeschaltet wird? Ja, um aufmerksam zu machen, denke ich schon. Doch, ja, auf alle Fälle. Kennst du die Earth Hour? Äh, nee. Das ist, am Samstag wird eine Stunde lang in Deutschland in großen Gebäuden, hier zum Beispiel das Rathaus und so in Köln zum Beispiel der Dom, das Licht ausgestellt. Hältst du sowas für sinnvoll? Auf jeden Fall, ja. Es ist auch sinnvoll, um die Menschheit darauf aufmerksam zu machen. Ist gut. Auf jeden Fall. Würdest du an sowas teilnehmen? Auf jeden Fall, ja. Im Rathaus werden für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet. Ja, das finde ich gut als Zeichen. Also würdest du eine Aktion unterstützen, wenn deutschlandweit eine Stunde lang an großen Gebäuden die Lichter ausgeschaltet werden? Oh ja, würde ich machen. Das findet an diesem Samstag statt. Bist du dabei? Ja, bin ich. Also sind auch in deinem Haushalt alle Lichter aus? Ja. Mhm. Wie finden Sie so eine Aktion denn? Gut. Finden Sie gut? Ja. Würden Sie da auch mitmachen? Bei uns zu Hause sind jetzt auch alle Lichter aus, wenn wir hier sind. Aber wenn Sie gleich zu Hause sind, würden Sie dann auch mal die Lichter ausmachen für eine Stunde? Würden Sie mitmachen? Dann haben Sie in später Stunde, ja. Dann gehen wir schlafen. Hallo. Entschuldigung. Wisst ihr, warum heute das Licht vom Erbdrüstenhaus aus ist? Was für ein Haus? Erbdrüstenhaus. Das hier, genau. Ist nicht beleuchtet, wie ihr seht. Ja, irgendwie Strom sparen oder so. Ich habe es ja irgendwie gehört, ne? Das war... Was ist das so? Wegen Japan? Das, nee, das geht doch, glaube ich, darum, dass es irgendwie, es soll ja nicht irgendwie um Strom sparen gehen, sondern es soll irgendwie darum gehen, dass man irgendwie gemeinschaftlich, keine Ahnung, irgendwas bewirken kann. Da erkennt sich eine A. Ja, das habe ich im Radio gehört. Münster ist schon ziemlich aktiv beim Umweltschutz. Es gibt sogar eine eigene Initiative, die heißt Münster Pax. Herr Specht wird es uns erklären. Also diese Earth Hour, die da jetzt läuft, das ist ja eine, wie ich gerade schon sagte, symbolische Aktion. Das ist natürlich nicht alles, was wir in Münster machen. Und wir machen natürlich sehr, sehr viel mehr. Wir haben da zum Beispiel eine Kampagne, das ist der Bürgerpakt für Klimaschutz. Und in diesem Bürgerpakt für Klimaschutz versuchen wir hier in Münster, die Menschen, also sie und mich, zu aktivieren, etwas ganz Konkretes für den Klimaschutz zu tun. Das Licht auszumachen, Stand-by, die ganzen Stand-by-Regelungen auszuschalten und ganz, ganz viele andere Dinge. Dem ist also wirklich Tür und Tor geöffnet, bis hin zu, ich fange einfach mal an, jetzt nicht mit dem elektrischen Rasenmäher meinen Rasen zu schneiden, sondern mit dem Handrasenmäher. Also wirklich eine ganze Menge an Dingen, die wir wirklich tun können. Unter dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Und wir haben nämlich errechnet, wenn alle Münsteraner, die, wenn die unseren Klimapakt mitmachen würden und genauso handeln würden, wie die 3.000, ich sage 3.000 Menschen in Münster, die bisher schon beim Klimapakt mitmachen, wenn die genauso handeln würden, hätten wir schon 20 Prozent unseres Klimaschutzziels erreicht. Und das wäre natürlich eine ganz hervorragende Maßnahme. Sagt Ihnen die Aktion Münster packt es was? Ist das nicht diese Aufräumaktion? Nein, das ist eine Aktion für Bürger, die sich dazu selbst verpflichten, an ihrem Haushalt mehr auf den Klimaschutz zu achten, mehr auf den Stromverbrauch zu achten. Achso, ja gut, auf den Stromverbrauch zu achten, ist ja sozusagen schon im Eigeninteresse jedes Einzelnen. Richtig. Wäre das denn was für Sie, da mitzumachen? Geben Sie mir nochmal so ein Ding mit und dann gucke ich, ob ich das bei mir in der WG durchsetzen kann. Ja, das ist das Mitmachformular, einfach ausfüllen und abschicken. Okay, danke sehr. Tschüss. Tschüss. Was könnte Münster zum Beispiel, die Stadt Münster machen, um am Klimaschutz zu arbeiten oder den Bürgern das zu erleichtern, am Klimaschutz teilzunehmen? Ich kenne mich jetzt da nicht so aus, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin seit der Erstzeit einer Woche hier. Aber hier wird ja sehr viel Vorrat gefahren und so. Das muss man vielleicht noch ein bisschen verstärkt. Auch der öffentliche Verkehr soll hier sehr gut sein. Und was könnte die Stadt Münster tun, damit es noch mehr Bürger gibt, die so denken wie Sie? Ja, mehr Werbung, denke ich, mehr Aufklärung auf alle Fälle. Die Stadt Münster könnte wahrscheinlich den öffentlichen Personennahverkehr ein bisschen weiter ausbauen. Und wie können die Bürger selber mehr angeregt werden, Strom zu sparen? Letztlich bin ich ja eigentlich gegen Subventionen und solche Dinge. Aber vielleicht müsste man im Bereich Energiesparen da noch einiges verwenden. Und was könnte Münster noch mehr tun, um das Klima zu schützen? Ja, gute Frage. Also, ich schätze, ja, man könnte, ich meine, Münster tut ja an sich als Stadt schon sehr viel dafür, durch die vielen Fahrradwege. Ja, man könnte vielleicht versuchen, noch mehr so Fahrgemeinschaften und sowas zu organisieren. Und ja. Und jetzt kommt mein Wunsch an die Münsteranerinnen und Münsteraner. Machen Sie mit beim Bürgerpakt für Klimaschutz. Tun Sie etwas für Münster. Tun Sie etwas für sich. Schalten Sie im Haus, wenn Sie in der Wohnung sind und sind in einem Zimmer nicht. Machen Sie dort das Licht aus. Machen Sie Ihren Stand-by aus. Suchen Sie sich irgendwelche Möglichkeiten, wo Sie Energie sparen können. Es hilft Ihrem Portemonnaie. Es hilft dem Klima. Es hilft uns allen. Es ist eine völlig spannende Sache. Es macht einfach Spaß, das schöne Wege zu finden. Machen Sie mit beim Bürgerpakt für Klimaschutz. Es ist eine prima Sache. 3000 Münsteraner machen das schon. Machen Sie mit dem Klimaschutz.